Rechte Beine ist verbunden, aber rechte Beine. Der erste Schritt ist lang. Wir gehen lang. Jetzt drehen wir um den Ton. Machen. Schick. Schick. Nehmen wir die linke Hand jetzt. Gewicht ist rechts, links ist frei. Jetzt lang. Kurz, kurz. Und lang, kurz, kurz. Und weiter. Schick, schick. Und doom. Schick, schick. Doom. Genieß es. Doom. Schick, schick. Du. Sehr schön. Männer Applaus für die Ladies. Sehr schön. Wieder einmal. Zurück. Und jetzt rechts. Nach vorne. Gewicht zurück. Ja. Das sind immer drei Schritte. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Lang, kurz, kurz. Nimm die Hände mit. Schau doch mal Hände. Und doom. Doom. Schick, schick, doom. Schick, schick, doom. Da wo die Hände sind, ist eure Partnerin. Ja? Wer sind? In Ordnung. Genau. Wir werden später wechseln. Das heißt, Sie werden nachher schön tief in die Augen schauen, einmal abklatschen und einmal, dann gehen die Männer weiter zur nächsten Runde. Okay, kommen Sie zusammen. Auseinander, nicht anpassen. Erstmal drauf, wenn Sie so. You wanna dance? Okay, nein, mit der linken Hand. Jetzt gehen Sie einen Schritt vorwärts. Jetzt, vorsichtig, respektvoll, mit der rechten Hand, schön vorsichtig hier, einen schönen Rahmen bilden. Da, wo der BH ist, seid ihr richtig. Wenn keiner da ist, stellt euch einfach einen Vorderseil. Yes? Gut. Wir stehen schön gerade, machen uns länger als wir sind. Das ist unser Lenkrad. Die Linke brauchen wir gar nicht. Also die Rechte macht alles. Deswegen, legt eure rechte Hand richtig an ihren Rücken. Richtig, hier, hier sind die Fühler. Gut, die Linke ist hier, da wo die Schulter ist. Perfekt. Gut, Männer, wir starten mit links zurück. Wir sind alle auf dem rechten Fuß. Ladies sind auf dem linken Fuß und starten mit rechts nach vorne. Der Rhythmus ist lang, kurz, kurz. Wir tanzen jetzt. Und lang, kurz, kurz. Lang, kurz, kurz. Du, chick, chick. Du, chick, chick. Du, chick, chick. Sehr gut, Mathias. Und lang, kurz, kurz. Lang, kurz. Okay, ich sehe, ich sei ein bisschen schüchter. Wir sind ein bisschen, ja? Schau mal. Hier, Sombom, so. Kommt ein bisschen näher. Schau mal. Es kann nichts passieren. Alles ist gut. Ja, gut. Noch einmal, film.